So, komm dich rein. Von woher? Von der Flachwand? Aber ... Wenn du dir ein Kind anhängst, bleibst du bei ihnen. Sie alle an, die hier zugegen sind, nehme ich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Und Wasser hat es geäßt. Ich muss schnell raus. Margot? Du musst heute nicht arbeiten gehen. Was ist passiert? Stefan in der Gemeinde hat einen Arm gebrochen. Ich glaube, es wird wieder schlimmer. Aber ... Glaubst du eigentlich auch gut? Ich glaube schon. Und wieso macht er dich denn gesund? Es gibt Orte, wo man so Menschen wie Marco helfen kann. Das kann ich nicht. Er ist krank. Er ist kein schlechter Mensch. Was ist, wenn wir das alles ertreiben? Ich bin. Ich bin. Leib von... Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.